In diesem Video möchte ich noch einmal auf das Thema Quantisieren eingehen. Ich habe hier ein viertaktiges Pattern eingespielt mit Klavierklang und das hier einmal in dem Editor hier unten geöffnet. Hier kann man also von der Mix-Konsole auf den Editor wechseln und man sieht jetzt hier, dass die Töne, ich rufe sie mal auf hier so, dass die also sehr ungenau eingespielt worden sind. Das liegt also weniger am Computer als an meiner Fähigkeit nach Klick zu spielen. Also hier setzen die Töne zu spät ein, hier zum Teil zu früh, hier ganz deutlich zu früh und so weiter. Das möchte ich gerne korrigieren und das lässt sich eigentlich schon bei der Aufnahme korrigieren, sodass ich es nachträglich nicht machen muss. Wenn ich hier unten links auf den kleinen Button AQ drücke, dann werden diese Fehler nämlich schon während der Aufnahme ausgebessert, sodass der Computer eben weiß, okay, hier soll genau auf die Zählzeit gespielt werden und dann passiert das nicht. In dem Zusammenhang ist auch hier ganz wichtig, dieses Quantisierungs-Preset. Das kann man auch hier oben einstellen. Wenn ich also dem Computer sage, bitte rücke jede Note auf die nächste Viertel, dann wird das so gemacht. Wenn ich jetzt einen Achtel-Notenlauf spiele, dann wäre hier darauf zu achten, dass man dann hier auch wirklich Achtel einstellt, sonst werden zwei Töne auf eine Viertel geschoben. Aber hier in diesem Fall habe ich eben immer pro in jedem Takt vier Akkorde gespielt und insofern passt das hier. Okay, jetzt habe ich das also beim Aufnehmen schon verpasst, hier den Knopf AQ zu drücken. Deswegen mache ich das nachträglich. Ich kann einfach auf der Tastatur jetzt die Taste Q drücken oder ich gehe hier auf Bearbeiten, da Quantisierung, da steht auch wieder das Q als Tastenkürzel. So, und jetzt sieht man, alle Töne sind entsprechend passend hier auf die nächste Zählzeit gerückt worden. Jetzt fällt mir noch etwas anderes auf und das sind die Tonlängen. Hier habe ich dann auch die Finger nicht gleichzeitig von der Taste genommen. Auf jeden Fall haben wir hier nach jedem Akkord, das klingt hier ziemlich authentisch und das klingt dann doch noch schon nach einem Loch und das ist ja halt immer unterschiedlich. Ich möchte aber, dass es so klingt, als würde ich mit einem Pedal spielen. Die Akkorde sollen wirklich schön aneinander gebunden sein. Und in dem Fall gehe ich auf Bearbeiten. Erweiterte Quantisierung und gehe auf Längen quantisieren. So, und jetzt sieht man, dass die Töne genau eine Viertelnote lang sind, sodass wir hier dann auch keine Lücken mehr haben. Und wenn ich das jetzt einmal anspiele, hört man das ganz gut. Wunderbar. So lasse ich das jetzt und dann kann ich damit arbeiten.